Und damit seid berühmst im neuen Zwei... Hallo, willkommen zu den Leuten zu einem neuen Part... Zu einem neuen Part, da ich mich schon an und vorgeheißelt... Und schluss weiterhin... Ja... Pokémon Jumae in Jumae mit dem zweiten Schluss zu... Und weiter geht's hier... In der Stadt... Wo wir jetzt dort angekommen sind... Und wir konnten weiter in die Stadt... Vinovino Town oder so ähnlich... Und wie so heißt sie... Die Stadt... Fangen wir mal oben an... In der Stadt... Mhm... All are welcome... To the weekly information program... Okay... Was haben wir hier? Ist das eine Kirche oder was? Scheint tatsächlich Ende zu sein... Wie sowas in der Art... Pastor... You are trained in der Kirche zu sein... Hello, young child... I see this mark in your eye... You... You are curious... No? Faith... Faith... Is not an... Oft... Expressed... In and of... Tandoorien... Life... Never... Most... Tandoorien... A... Tandoorians... Worship in their own ways... Schaut me... The EU... About... The legions... Of Tandoor... Warum nicht... Erzähl mal... Where we were... We Tandoans... Do not believe in a single deity... Such... Is the... Thousands... Out... Creator... Of Sin... The mother... Would believe... That the universe... Began... With nothing... Nothing... From that... Nothing... Came... Two... Other... Ethics... White... And... Black... Positive... Negative... Past... And... Future... Wind... And... Weather... Fire... And... Lightning... Push... And... Pull... Across... The world... They are called... Many... Things... Here... In Tandoor... Our names... For them... Are... Oteos... And... Nudeos... We take... Many... Aspects... Some... Human... Others... Pokemon... Together... They... Waste... Pokemon... Of... Metal... And... And... To... The... Humans... Of Tandoor... They gave... Five... Orders... First... Make... No... Violence... And... To... The... Enemies... And... They... Will... Not... Make... Waren... Such... Second... Harm... Not... The... Pokemon... Of... Tandoor... And... They... Will... Not... Hand... To... It... Fourth... Fourth... Desire... Is... The... Path... Way... To... Way... Fifth... Bring... Knowledge... To... Those... That... Seek... It... So... They... Have... Commanded... So... We... Shall... Life... By... It... The... Between... Humankind... And... Our... Tears... And... Moon... Tears... Is... Like... That... Between... Pokemon... And... Trainings... Like... Pokemon... Listen... Your... My... Product... Your... Product... Thank you... For listening... To... My... My... Here... Is... Something... To... Your... Patient... Rare... Candy... Okay... The... Good... Pastor... The... Bon... One... Gegeben... Yes... He... To... Take a... Look... At... The... My... Child... Perhaps... They... Can... Teach... You... Something... About... Your... There's... A... Book... Here... Ocean... Of... East... Can... Read it... Ah... Hat uns der... Pastor schon alles erzählt... Was wir wissen müssen... Creation of all things... Nein... Danke... Ich rede mit den Nöten lieber... Oh... Cheers... For... The... Clean... Poor... Riffing... Water... And... Above... The... Great... Earth... Oh... Earth... The... Pokemon... Humans... Gods... Nations... Or... Celebrate... The... Glory... Of... Life... Ja... Es... Das... Das... Hat... Eine... Bittere... Nachgeschmack... Sonst... Der... Passt... H... H... Wir sind... Elf... Ja... Gut... Are you... Going to go... To a... Sermon... At the church... The... Father is very... Welcoming... To... Truth... And... Wants... To... Learn... Hmm... Das... Befürchtig... Talk... Every... Day... Is... The... Same... Story... Like... Out... To... 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 Yo... Hm... Hm... Ich geh ma' hier die Leute besuchen... Part of the value of the TM is determinated by how men took on species... A caphaver of learnings, the ends like ritual damage in power tossing, protect and attract, can be learned by a great man footballer. Okie dokie. Hey, go for me, I'm playing hide and seek, go for my boy. Don't tell him, I'm here, alright, I give you a baby, so please keep it, alright? Ok, wo is denn dein Bruder? Hab noch keinen Bruder gesehen. Oh, hier ist schon mal ein Eindrucksdagen. Können wir vielleicht Tränke besorgen? Das wäre nicht ganz schlecht. Ok, Super Ocean. Ja, nicht ganz so viele. 10, ich kaufe noch mal 10. Dann nehmen wir unser ganzes Geld los, Sandra. Ja. Leber können wir hier nicht kaufen, oder was? Hm, schade. Jetzt habe ich zumindest wenig ein paar Tränke dabei. Ich hoffe, hier ist keine Arena in unserer Stadt. Ja, sonst sind wir ohne Beleber. Tja. Life is best, when people and Pokemon live together in harmony. That's the good's will. Okay, es ist hier wohl ein relativ gläubiges Dörfchen. Wir sind hier relativ fromm und, ja, gottesfürchtig, so wie es aussieht. Alle reden hier. Da gibt es eine Kirche. Das ist die erste Stadt in Thaler, die eine Kirche hat. Wie ich hier sehe. Und, ja, hier wird von Gott geredet. Dort vom, ja, gibt vom Glauben an was Höheres. Und, ja... Praist the Lord Arthorotius. Weil es... Es ist bei... Es ist Laid, Die座, Die座! Die kamen, Die kamen, Ratten nicht mit. Sag ich doch, ja! He, he! Die... Die präst den Mord den... Ja. Ein sehr gottesfürchtiges Dorf. I have the countryside and it means I can be like free and in tune with nature and all that's true. Ja, es ist halt ein Dorf mit bäuerlichen ja, mit bäuerlichen Leuten Bauern und Farm Leute. Ja, typisch. Das Evangelium in Nova where four famous performers go wait to make music everywhere sing a day someday I want to go there. Da werden wir bestimmt noch vorwärtskommen. Kann ich in eurem Bett schlafen? Hm, schade. Sind wohl keine Baptisten. Die hätten das mit mir geteilt. Sind das nicht die Baptisten wenn ich komme der Fallstiege? Sind das die Reden? Ja, alles. Arbeit und Teilen. Ähm. ein Tanto der, äh, äh, two Pokémon that can be schiert schiert for der Wuhu. Ja, Leap und Bashon. Ich habe aber schon sehr temperamental und gegründet. Okay, dann mal das Pokémon-Center. Ah, das ist der Bruder, oder was? I'm playing Hatred Sie from Batista. No, it's my turn to look for her. If I give you a very real room, help me look for her. Okay, jetzt wurden wir von den beiden Seiten bestoppen. Na gut, das haben wir einfach nichts. Wir sind neutral. Wir ziehen den Kind einfach seine Sachen ab. And my fellow Pokémon would be freindless. The gods created man and the gods created man and the Pokemon to love me together. When a wildest person who know food is packed into wine, they are sweet leeches, because they are going to laugh from the land. You look hungry. Here, take the berries. Berries. Das klingt nur von allen Bären geschenkt. Werden wir wohl angebaut, oder was? Don't be shy. I have some more berries for Pokemon, but just between humans. They are good for humans, too. Können wir also auch essen. Sie Bären. Wer bist du? Ach, ich habe noch eine Challenged Gym Leader. Ich habe noch einen Tough-Style-Pokémon. Da ist doch ein Gym Leader. Da haben wir doch eine Arena. Stahl-Pokémon. Dem könnten wir mit Modi gehen kommen. Okay. Okay. Ein Gym. Okay. Guck mal an mein Team. Vielleicht können wir mal Modi nach vorne setzen. Ist doch schon. Level 22. Okay. Wir könnten ein bisschen unter der Welt sein. Das könnte unser Problem sein. Aber ich versuche uns trotzdem schon mal rein dort. Mein Team ist geil hier. Sehr gut. Ich habe noch Tränke, keine Leber. Ich save mal an der Stelle. Ich spreche mal an. Kurz ab. Ich gehe noch zweimal. Der vierte Arena. Na gut. Versuchen muss. Aber scheitern muss man halt auch so viel von ihm machen. Zwecky. But to see you in a minute and a while. Das Gym Leader ist Scherden. Scherden? Aber nicht der Scherden, oder? Tidu ist die Stil-Type und Arena-Loki. Okay. It's a really out of place. I know. It is a beautiful farmland. But stone staining. A seed that still resists. A lot of types. But you are not at. It melts in a fire. Lands under fists. And vectors in the earth. Water is generally a good bit. Let's do it. Okay. Let's do it making. Ich gehört habe Kampf. Feuer und Wasser. Push the button. Yes. Oh. Aha. Wenn wir im Weg. Können wir hier runter gehen. Was haben wir hier? Okay. Wir kämpfen müssen wir auf jeden Fall. Ach so, das Drückweg. Ah, verstehe. Der wird von hier nicht runter fallen. So eine Arena gab es glaube ich einen Bugmann Weiß schon mal. In der fünften Generation. Ich schätze mal der sieht mich trotzdem. Haha. Ja wir sollten sie trotzdem bekämpfen. Aber ich versuche erstmal durchzukommen. Wir werden vielleicht runter fallen und gegen andere kämpfen müssen. Okay. Das könnte knifflig werden. Oh wei. Zwei nach vorne und dann nach rechts. Oh kacke. Das wird doch nichts. Ach kacke. Oh. Noch müssen wir nicht kämpfen. Okay. Sollte ich vielleicht mal gegen den ersten kämpfen. Sollte ich, mach ich aber nicht. Ich versuche erstmal das Rätsel zu lösen. Oh kacke. Oh kacke. Zwei nach vorne. Oh. 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 Ich lebe noch. Ach kacke. Okay. Jetzt gehen wir hin. Ja das ist gerade raus. Ach kacke. Okay. Zwei nach vorne. Zwei nach vorne, drei nach rechts und nun. Okay. Uns zwei. Okay. Hier war es. Ach, kacke. Da müssen wir blind laufen. Das ist halt... Schnüffelig. So. Autsch, Autsch, Autsch. Sehr gut. Wir müssen noch bekämpfen. Gut. Check it out. I can play the legend of Zelda. Legend of Zelda. Sorry. See you on my town. See you. Das ist wie von Blum. Gitarrist Slash. Who played to battle? Metal. Metal Karatis. Der Atos ist zu weit. Michael. So. Wir probieren mal aus, was wir uns für attacken würden. Ja gut, Level 28. Das Level ist ein bisschen. Okay, das wirkt mich schon mal nicht. Das ist schon mal scheiße. Na ja gut. Jetzt haben wir noch ein paar Wander mit seiner... Oh, verbrannt, das ist gut. Mit so einer Atom-Attacke. Ich mach's. Flammrad. Flammrad. Wir versuchen's. Flammrad bin wohl nicht so viel. Aber ich hoffe, wenn man bringt was. Was ist denn? 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 Ich dachte, du bist hier der Stärkste. Nein, der Stärkste bist du nicht. Offensichtlich nicht. Aber... Ich dachte, wo kriegst du es hin jetzt hier? Jeep Hazen und so weiter. Feuer und so. Sehr gut. Und man besiegt. Ich dachte, es gibt mehr Erfahrungsmittel. Ja gut. Da wohl. Den Kuhre siegt, oder? Protect. Na ja, gut. Das ist jetzt... Und... Der Battle Clan. Na komm, guck er an. Ja gut. Ich will jetzt noch keinen Trink einsetzen. Und nicht jetzt. Ich will jetzt noch einen Trink einsetzen. Das sehe ich mir von da rein eine drauf. Ja, wir haben 10 Trink. Aber... Trotzdem. Ich hebe ich mir auf. Ne, nein, versuchen wir's mal das hier. Wir müssen morgen noch irgendwann mit den Trink. Das ist Level 22. Das ist jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Und jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Das dauert noch ein bisschen. Mit dem Moni. Ich weiß, die Ertaken sind noch nicht so heftig. Aber immerhin. Also, dann geht's. Faradisiert. Oh Gott, das ist sehr gut. Das wollen wir. Und Kent moved. Oh, ohne den. Oh, oh. Ach komm. Halt's durch, nein. Reiß es an, mach's alle. Ja gut, oder es macht dich alle. So geht's auch. Wasserwocken sollten ja fähig sein. Wir müssen schon mal anfangen. Sammels, nein. Versuchen wir's mal. John? Das war nützlich. Weiter geht's mal. Was? S5-1? Was zum Hänger? Was bist du denn? Was bist du denn für ein Ding? Das sehe ich ja jetzt. Das sehe ich ja gerade zum ersten Mal. S5-1. Was ist das für ein Name? Was? Was? Hack? Hey. Hackt sein Bugma-Team. Geht Hacker. Level 29? Ja, entschuldig. Der ist schon Level 29. Ach, hab ich jetzt? Ach du Scheiße. Was? Dann ist die Attacke. Nicht ernähren. Na gut. Push der Button. Aufhören. Das kann ja spaßig werden. Wie soll ich mir das denn merken? Wie soll ich mir das denn merken? Kann ich ja gleich aufgeben. Das wird doch nichts. Ich bin das geschwächtig. Ich bin das geschwächtig. Ich muss jetzt zum Bugma-Center zurück. Wenn ich zum Bugma-Center zurückgehe. Oh wei. Zum survey noch mal neu so... Drei nach oben dann先 zwei... Eins nach links. Eins. Zwei. Ach Kacke. Ach da r號 neu. Interessant. Am Ende ist der Rinderleiter der da unten steht. Das ist der große Gag. Warte mal kurz. Ja gut, das habe ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der aussieht. Könnte fast sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist ja über den Ansprüchen, der da unten steht. Da ist das der große Gag. Ja. Wie haben wir das gemacht? Wie haben wir das gemacht? Ach kacka. Ich glaube nicht, dass das der Einleiter ist. Das wäre zu gut. Ich würde auch klären, ob wir direkt vor ihm runterfallen. Na toll. Okay, den Weg habe ich nur noch ein halbwegs eingeprägt. So, hier. Ist ja gut. Versuchen wir mal hier lang zu gehen. Okay. Drei nach vorne, eins nach hinten. Okay. Ha. Auf die Wegungslang. Ach, Kacker. Oh. Sind wir hier gelandert. Aha. Okay. Jetzt müssen wir hier zurück. Hm. Und lange dauert. Und wir haben lebend geplant. Das ist eine Wette. Das gefällt mir. Oh. Oh. Ist das so? Es hängt eigentlich auf dem S-Rug. Der S-Rug-N-Kang gerade. Ach so, stimmt. Vielleicht dann. Arena-Trainer-Kampf. Versuchen wir mal zu gewinnen. Wir gehen sowieso mit dem S-Rug-N-Kang. Wir gehen uns jetzt hinter zurück. Also. Ja. Ich würde mal von mir. Äh. Markus. Das machen wir. Ich werde jetzt sowieso in diesen Harten-Knickigen-Arrenner-Leiter-Kampf-Es wird sowieso nicht mehr kommen. Ja! Die Mütter hat am wenigsten reingesetzt. Ich hab ein bisschen geguckt. Warte! Ja! Man hat stark geklumpft. Wir müssen das Team. Ich muss auf Stream mal. Bis zum nächsten Ort trainiere ich mit Obmann Team. Das macht ja. Die nächsten Post dann. Ordentlich. Ich muss nur mit Stärken. Das mache ich auf Stream mal wieder ein bisschen Training. Kann ja nicht sein, dass meine Schwester an den 28 und der stärkste Gruppe an den 29 ist. Der Ende der 21 und 29 ist es halt. Ein großer Unterschied zu können. Sollten alle sein gleiches Level sein, zumindest zu können. Zumindest das wird um ihn gehen, ohne Level 30. Tja! Wieso denn unsere Team? Das ist jetzt noch auf Level 28 zu können. Das wäre kein schlechtes Level. Das mache ich mir auf Stream als Ziel. Super Wander. Der hat es bisher mal gehört dazu. Der ist auf Level 26. 25. Hm. Das ist vielleicht wirklich mal nötig, bevor ich es zum Reiten gehe. Bei Molly wird es nicht retten können. Ein bisschen viel kröer, aber... Ja. Hat bisher nicht sehr viel gebracht. Ja. Die Atom-Water-Fekon verwandert. Die hat bisher auch sehr gut gebracht. Na ja. Werden wir wohl müssen. Noch ein Trainer? Ja toll. Mein Mind schaut wie er auf den Falle und der Cayle zu defeated. Wie damit eine Pokémon, mit Halvan nur noch am Leben, könnte schwer werden. Es ist ja auch 50. Ah! Kann das sein, dass das S51? Oh, ja, 51. Natürlich ist das geil. Oh, ja, 51. Ja, heißt natürlich auf Englisch Station 1,50 oder hier, ja, keine Basis, wie das auf Englisch heißt. Ist 1,50. Sehr gut. Gut, na dann, ich würde mal sagen, der muss noch umsatzig gefallen haben. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr da seid. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Heroinium wieder. Wenn es dann weiter in die Arena geht, dann versuchen wir uns weiter an die Rätsel. Arena. Versuche ich da mal ein bisschen weiter zu kommen. Ja. Muss man einfach auswendig lernen. Offscreen werde ich mal. Ja, weil... in meinem Team trainieren. Und dann, ja, ein alter Frischer. Im nächsten Part wieder. So, wie war das? Ist mir noch geil, wenn ich es jetzt schaffen würde. Ja. Ja. Jetzt wird rein nach vorne und zwei. Okay, rein nach vorne. Sehr gut, na dann. Das ist halt ein Sackgösser. Ähm, na dann. Dann ist nach oben. Und dann sieht sich. Ciao, ciao. Servus nach gua. Servus nach woher. Servus nach Hause. Servus nach wieu. Anark.